Moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkarfts und willkommen zu einem neuen Gefechtsbericht. Heute tauchen wir mal ein in die Sturmgeschützabteilung 236, beziehungsweise was diese Einheit tatsächlich erlebt hat. Jetzt müssen wir ganz kurz ausholen und noch ein paar Eckpunkte erklären, weil ich nachher im Video selber einfach nur noch das vortragen möchte und dann nicht noch irgendwas erklären will. Also erstmal den Zeitabschnitt, wir befinden uns hier im Jahre 1943 und zwar im Rahmen der 16. Panzergrenadierdivision, der sogenannten Windhunddivision. Wer das schon mal gehört hat, wird das wahrscheinlich verbinden mit der 116. Panzerdivision, der Windhunddivision, die später aus der 16. Panzergrenadierdivision Grenadierdivision entstanden ist und wo man hier auch, und das blende ich jetzt gerade mal ein, noch diesen Windhund sehen kann. Deswegen auch diese Windhunddivision, die 116. Panzerdivision, hat sich ja so ein bisschen durch die Geschichte, hat sich da doch schon einen Namen gemacht. So und jetzt werden vielleicht einige von euch sagen, das Zeichen habe ich doch auch schon mal gesehen bei der Bundeswehr, ja. Und zwar wurde dieser Windhund bis 2004, jetzt muss ich selber auf mein Zell gucken, genau beim Panzergrenadierbataillon 212 war dieser Windhund auch noch mit in dem Wappen drin, nach 2004 nicht mehr. Und zu diesem Wappen noch ganz kurz, also es ist ein Windhund, der wohl den Truppen mal in der Steppe von Russland zugelaufen ist. Der hieß wohl auch Sascha, ist auch ein russischer Name, witzig, nicht? Und daraufhin haben sie diesen Hund, diesen Windhund in dieses Wappen genommen. So, das war ein ganz kleiner Ausflug zur 116. Panzer, aber es geht jetzt um die 16. Panzergrenadierdivision und im Rahmen dieser Panzergrenadierdivision kämpfte die Sturmgeschützabteilung, um die das jetzt hier geht. Und wenn wir jetzt 43 sagen, Juli und dann noch Mius nennen, dann klingelt es bei den meisten von euch, weil ihr werdet euch erinnern, dass im Juli 43 Rudolf mit seiner Einheit im Verband auch am Mius gekämpft hat. Das heißt, diese Sturmgeschütze und Rudolf waren an derselben Ecke und standen im selben Abwehrfeuer. So, noch ein paar kleine Anmerkungen. Also diese Sturmgeschützabteilung bestand aus Sturmgeschützen, also der sogenannten Stuk 40 F und G. Das waren 7,5 Geschütze, also Sturmgeschütze mit 7,5 Zentimeter Kaliber, also zur Panzerabwehr extrem gut geeignet. Und die sogenannten Sturmhaubitzen 42, das waren 10,5 kalibrige, ich sag mal, Unterstützungsfahrzeuge für die Infanterie, weil man merkte, dass man mit der 7,5er zwar auch schon, ich sag mal, Sturmangriffe fahren kann, aber die 10,5er war also besser. Also, wir hören von diesen beiden Fahrzeugen in dieser Einheit. Und das nächste, was ihr hören werdet oftmals, ist die Bezeichnung Wachmeister X und Wachmeister Y. Dazu ganz kurz gesagt, das sind natürlich Feldwebel und bei der Kavallerie und bei der Artillerie heißen diese Feldwebel Wachmeister. Und da die Sturmgeschütze zu der Artillerie gehören, werden die Feldwebel dort auch Wachmeister genannt. So, das erstmal so zur Einführung für dieses Kapitel. Ich habe auch ein Zweiteiler draus gemacht, weil es ein bisschen länger ist. Deswegen habe ich jetzt vor den ersten Teil das Intro gemacht, ein bisschen länger, im zweiten wird es dann nicht mehr sein, aber so wisst ihr so ein bisschen, was da passiert ist und dann würde ich jetzt auch ohne langes so drumrum reden in die Kämpfe einsteigen. Also Juli 43 am MIUS mit den Sturmgeschützen und was die dort erlebt haben und geleistet haben. In diesem Sinne geht das jetzt mal los. Die Sturmgeschützabteilung 236 Aufstellung 1.05.1943 in Jüdeborg zu 3 Batterien, 14.02.1944 Stuckbrigade mit 4 Batterien, 10.06.1944 Umbenennung in Heeres Sturmartilleriebrigade 236 und kurze Zeit dann mit 5 Batterien. Vorbemerkung Mit neuen Geschützen ausgerüstet wurde die Sturmgeschützabteilung 236 Mitte Juli 1943 aus dem Raum Döberitz direkt in den russischen Einbruchsraum am MIUS geworfen. Die 16. Panzergrenadierdivision unterstellt war sie von da an bis zum herauslösen der Division im Frühjahr 1944 aus der Ostfront ein treuer und verlässlicher Kampfverband. Am Mittag des 13.07.1943 konnte die Abteilung die Verladebereitschaft melden und tags drauf schon kam der Verladebefehl für den 15.07.1943 12 Uhr. Schmerzlich dass die Sturmhaubitzen immer noch nicht eingetroffen waren. So mussten die Batterien statt mit 10 zunächst mit 7 Geschützen in den Einsatz. Unter der Führung von Leutnant Krab blieb ein Kommando der Abteilung zur späteren Übernahme und Nachführung der Haubitzen zurück. Es verlegte nach Dorf Zinner. Über den Anmarsch der 2. Batterie schrieb der Chef Hauptmann Scherer, Um 9 Uhr stehen wir zum Abmarsch bereit. Es kommt der Augenblick, welcher uns trotz aller freudigen Erwartungen, mit der wir den kommenden Einsatz entgegenschauen, das Herz schwer macht. Die Blönsdorfer haben die 2. Batterie zu sehr in ihr Herz geschlossen, als dass ihnen der Abschied hätte leicht fallen können. Zur Verabschiedung ist auf dem Parkplatz in Linie die Batterie und ihr gegenüber unter Führung des Ortsgruppenleiters die Bevölkerung angetreten. Erst spricht der Chef, dann der Ortsgruppenleiter in herzlich gehaltenen Worten. Manchen Blönsdorfer stehen Tränen in den Augen. Blumenbegrenzt fährt die Batterie noch eine Runde ums Dorf, während die Bevölkerung Spalier bildet. Dann verlassen wir den gastlichen Ort endgültig. In den Standorten der anderen Batterien dürfte die Situation ähnlich gewesen sein. Um 12.30 Uhr begann die Verladung auf dem Militärbahnhof in Jüteborg. Es stand viel Zeit zur Verfügung. Um 17.30 Uhr war alles beendet und um 20.30 Uhr rollte der Transport in Richtung Falkenberg, Bad Elsterwerder, Kohlfurt und Arnsdorf. Vermutungen über den Einsatzraum wurden ausgetauscht. Dann ging es nach Schlesien hinein. Lignitz, Breslau, Brieg, Oppeln, Ratibor, Oderberg. Auschwitz wurde passiert, Krakau und Reichshof folgten. Das Reisewetter war herrlich und die Stimmung fabelhaft. Es sprach sich herum dass es nach Stalino gehen sollte. Weitere Route, Jaroslau, Pretzmühl, Lemberg und Brody. Dies war bereits Grenzstation zwischen dem Generalgouvernement und dem Reichskommissariat Ukraine. Die Marketenderei verkaufte Zigaretten. Weiter ging es über Krasno und Szeptovka. Der hier längere Aufenthalt wurde zum Aufmunitionieren und Auftanken der Geschütze genutzt, damit sie im Notfall sofort einsatzbereit waren. Während der Fahrt nahmen die Mannschaften Sonnenbäder auf ihren Fahrzeugen. Schmerzliche Folgen blieben nicht aus. Die Landschaft zeigte immer noch keine Spuren vom Kriege und nach wie vor war es unbestimmt, ob es über Kiew oder Dnepropetrovsk weitergehen würde. Vier Wochen am Schwarzen Meer wären nicht von übel gewesen. Die Fahrt über Berezovka, Bobrinskaya, Snamenka, Pjatschatiki und Dnepropetrovsk damit hatten sich die vorausgegangenen Spekulationen so weit erhärtet, dass es entweder an den Donners oder zum Mios gehen könnte. Wie sah die Lage zu dieser Zeit im Südabschnitt der Ostfront aus? Keine der deutschen Divisionen konnte zahlenmäßig nach als voll einsatzfähig angesprochen werden. Die Panzerdivision waren motorisierte Bataillone mit wenigen Panzern. Die Infanteriedivision verstärkte Regimenter, denen ein großer Teil der Bespannung und damit die Beweglichkeit fehlten. Gegen diese dünne, wenig kampfkräftige Front der Heeresgruppe Süd richtete sich der Hauptstoß der russischen Sommeroffensive. Mitte Juli standen der Heeresgruppe Süd 110 russische Schützendivision, 10 Panzerkors, 7 Mechanische Korps, 7 Kavallerie Korps, 20 Panzerbrigaden und 16 selbstständige Panzerregimente gegenüber. Das Verhältnis war etwa 1 zu 7. Am 17 Juli 1943 traten mehrere Armeen der russischen Südwest- und Südfront am Rande des Donetsgebiets zum Angriff an. Während der Feind im Abschnitt der deutschen ersten Panzerarmee bei Isium abgewehrt werden konnte, erzielte er einen tiefen Einbruch in die Front der 6. Armee am Mius ostwärts Stalino. Die Heeresgruppe warf daraufhin das dritte Panzerkorps mit der 23. Panzerdivision und der 16. Panzergrenadierdivision sowie das zweite SS-Panzerkorps mit zwei Divisionen in den Einbruchsraum. Seit dem 17.7.1943 hat es in Strömen geregnet. Aber ab dem 19.7.1943 war das Wetter wieder schön geworden. Kurz hinter Dnepropetrovsk wurde der Transport am 20. Juli zum sogenannten Pfeilzug erklärt, das heißt er wurde überall auf die schnellste Weise weitergeleitet. Es ging über Sinelejkova, Chaplino, Postishevo und an Stalino vorbei bis Avrosieka, wo ausgeladen wurde. Und damit stand der Einsatzraum fest, der Miusabschnitt. Da feindliche Luftangriffe zu erwarten waren, wurde das Bahnhofsgelände schnellstens verlassen. Vorläufig aber gab der Ivan noch Ruhe. Die Stabsbatterie suchte sich einen alten Park als Unterziehraum aus. Als alles fertig war, kam der Befehl zum Vorziehen. Wieder musste Leutnant Rexilius den neuen Unterziehraum aussuchen. Auf der Rollbahn ging es etwa 5 km vor bis Belujarovka. Der Kommandeur nahm ihn dort in Empfang. Einige Melder holten die Batterie nach. Die eigene Fliegertätigkeit war enorm. Der Ivan wagte nicht sich zu zeigen. Er war wohl wieder erst für die Nacht zu erwarten. Die zweite Batterie ging in eine Obstbaumplantage bei Belujarovka in Bereitstellung, was sich in jeder Hinsicht als vorteilhaft erwies. Denn die Tarn- und Deckungsmöglichkeiten waren gut und Obst in rauen Mengen. Aber vorsichtshalber wurden noch Deckungslöcher gegraben. Mit Hereinbrechen der Dunkelheit kam dann auch prompt die Nähmaschine, kleckerte ihre Bomben auf die russische Erde und schoss mit Bordwaffen ins Dunkle. Ivan hieß uns also auf seine Art willkommen. Dafür würden wir ihm morgen unseren Dank abstatten. Über diesen Tag berichtet Leutnant Rexilius noch weiter. Ganz überraschend musste ich zum 1a der Division um Bezugspunkte abzuholen. Sie wurden mir vom Leutnant Salomon ausgehändigt. Wenn man sieht wie in einem solchen Stab die Fäden zusammenlaufen und von dort alles konzentrisch geleitet wird, überkommt einen doch ein eigenartiges Gefühl. Sonst sieht man immer nur was im eigenen kleinen Abschnitt vor sich geht. Diese Organisation ist ja fantastisch. Am 21. Juli ging es nun wirklich in den Einsatz, da es der Russe geschafft hatte durch einen Großangriff aus dem Brückenkopf nordwestlich von Kubi-Schevo einen tiefen Einbruch in die deutsche HKL zu erzielen und den Mius zu überschreiten. Inzwischen war die Sturmgeschützabteilung 236 der 16. Panzergrenadierdivision unter dem Eichenlaubträger Generalleutnant Graf von Schwerin unterstellt worden. Der 1a der Division war Oberstleutnant IG Ritter und Edler von Kienle. Um 3.30 Uhr wurden die Kampf- und Versorgungsstaffeln alarmiert, rückten aber erst gegen 6 Uhr ab. Die ganze Abteilung kam zum Einsatz. Die 2. Batterie hatte den Auftrag die Höhe 196 2km nördlich Kalinovga zu besetzen, da der Feind mit Panzern und Infanterie angriff. Über die Höhe 196 hinaus wurde auch die Höhe 202 wieder gewonnen und trotz russischem Beschuss mit Phosphormunition und lebhafter feindlicher Fliegertätigkeit unter anderem griffen auch russische Schlachtflieger an gehalten. 8 T-34 und etliche Geschütze, Pack, Spähwagen, Granatwerfer, Panzerbüchsen und Lkw wurden vernichtet. Bei der dritten Batterie konnte das am äußersten rechten Flügel fahrende Geschütz mit Kennung 357 und der Wachmeister Sandler um 10 Uhr mit nur einem Schuss den ersten Panzerabschuss der Abteilung melden. Der Angriff dieses ersten Einsatztages wurde ca. 20-30 km vorgetragen. Als Halt geboten wurde, lächzten Geschützbesatzung und Granadiere nach Wasser. Die 20 Liter Kanister waren zwar wohlgefüllt aber brühwarm. Noch nie hatte der Flüssigkeit so gut geschmeckt wie diese lauwarme Brühe. Die erste Batterie hatte ihren ersten Gefallenen, Kopfschuss. Am Abend kamen die Geschütze zurück, da die HKL bei Jelisa Wettinski zurückgenommen wurde. Die Abteilung hatte ihre sehr beachtliche Feuertaufe erhalten. Die Divisionsgeschichte der 16. Panzergarnadierdivision meldete für den Tag, auch die übrigen durchgebrochenen Panzer werden im Hintergelände durch unsere Panzerabwehr fast alle abgeschossen. Hieran hat die Sturmgeschützabteilung 236 ihren besonderen Anteil. Am 22. Juli morgens löste die zweite Batterie Sturmgeschützabteilung 236 mit sechs Geschützen die erste Batterie der Sturmgeschützabteilung 243 auf Höhe 196 ab. Vormittags wurden Panzer und Beobachtungsstellen in abgeschossenen Panzern erfolgreich bekämpft und dadurch lästiges Flankenfeuer ausgeschaltet. Am Nachmittag griffen die Sowjets mit etwa 50 Panzern und starken Infanteriekräften die Höhe 196 an. Zunächst bekämpfte die Batterie Russen links auf großer Entfernung ca. 2000 Meter und erreichte dadurch dass die Infanterie ihre Stellung halten konnte. Plötzlich tauchten russische Panzer von vorne und von rechts auf. Die Lage wurde sowohl für die Infanterie als auch für die Geschütze sehr bedrohlich. Es gelang der zweiten Batterie in der neuen Richtung die feindlichen Panzer trotz deren erheblichen Überlegenheit zu erledigen. Das Schlimmste war damit abgewendet. Leider musste jedoch die Höhe infolge infanteristischer Unterlegenheit geräumt werden. Die Batterie deckte den Rückzug der Infanteristen der fast ohne Verluste gelang. Der Russe konnte nur noch mit einzelnen Panzern nachstoßen, die auf kürzeste Entfernung abgeschossen wurden. Leider verlor die Batterie beim Rückzug das Geschütz 254 von Leutnant Kettl das ein T-34 in Brand geschossen hatte. Die Bedienung konnte sich bis auf den Panzerfahrer Unteroffizier Dittmann retten und kam mit Verbrennung zweiten Grades und Prellung davon. Da der Beförderungsantrag des Unteroffiziers Dittmanns am Wachmeister schon vorher schriftlich eingereicht war, sprach der Kommandeur die Beförderung posthum aus. Die zweite Batterie betrauerte in Wachmeister Dittmann ihren ersten Gefallenen, einen tüchtigen Soldaten und beliebten Kameraden. Es gelang der Batterie an diesem Tage 26 Panzer T-34 abzuschießen und etliche andere Feindwaffen zu vernichten. Die gesamte Sturmgeschützabteil 236 erzielte 139 Panzerabschüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sturmgeschützabteilung 236 Teil 2 Vorbemerkung Mit neuen Geschützen ausgerüstet wurde die Sturmgeschützabteilung 236 Mitte Juli 1943 aus dem Raum Döberitz direkt in den russischen Einbruchsraum Amius geworfen. Der 16. Panzergrenadierdivision unterstellt war sie von da an bis zum herauslösen der Division im Frühjahr 1944 aus der Ostfront ein treuer und verlässlicher Kampfverband. Die Stabsbatterie war an diesem Tag erneut umgezogen und zwar an den bisherigen Standort der Instandsetzungsstaffel. Um 18 Uhr wurde Leutnant Rexilius vom Kommandeur von seinen bisherigen Aufgaben entbunden und als ZBV zunächst als Verbindungsoffizier zum Grenadierregiment 156 Kommandeur Oberstleutnant Fischer befohlen. Dazu bekam er das Kfz 16 von Oberleutnant Matai. Beim Stab der 156er kamen unterunterbrochen Melder, Kommandeure und Chefs. Es lief wie am Schnürchen. Am 23. Juli griffen die Sowjets aus Semenovski mit starken Panzer- und Infanteriekräften an, konnten aber gemeinsam von der 2. und 3. Batterie abgeschlagen werden. Am Nachmittag waren Vorstöße der Russen besonders heftig. Mit der reinbrechenden Dunkelheit wurden die völlig erschöpften Besatzungen der Geschütze abgelöst. Immerhin war es gelungen, mit den nun drei Geschützen der 2. Batterie 17 Panzer T-34 abzuschießen und etliches andere Feindgeräte zu vernichten. Am gleichen Tage musste Leutnant Rexilius Verbindung zur Sturmgeschützabteilung 243 aufnehmen. Es war eine Fahrt durch völlig unbekanntes Gelände mit defektem Fahrzeug und falschen Wegskizzen. Die Folge ein großer Umweg. Trotzdem konnte er mit dem gewünschten Erfolg zum Kommandeur zurückkehren. Am folgenden Tage wurde noch bei Dunkelheit um 2.30 Uhr gemeinsam von der 2. und 3. Batterie ein Angriff auf Semenovski gestartet. Die 3. Batterie griff den Westteil an, während die 2. Batterie auf den Ostteil angesetzt war. Der Angriff erreichte den Ortsrand. Um die Infanterie konnte drei Viertel des Ortes besetzen. Die Geschütze der 2. Batterie mussten aufmunitionieren und tanken. Anschließend blieben sie auf der Höhe südlich von Semenskoje und bekämpften Infanterieziele. Um 10 Uhr erfolgte ein zweiter Angriff. Die drei Geschütze kamen mit schwacher Infanteriebegleitung bis zum Ostteil des Ortes, mussten dann aber wegen ihrer infanteristischen Unterlegenheit einen russischen Gegenangriff weichen. Dieser kam aus den Schluchten nördlich Semenovski. Die Geschütze von Oberwachmeister Schnigge und Wachmeister Bruns blieben am Westrand zur Sicherung und hielten die feindliche Infanterie in Schach, während das Geschütz von Leutnant Naumann unter heftigem Infanterie- und Packbeschuss wegen Motorschadens aus der Ortsmitte nach Süden zurückgezogen werden musste. Bei beiden Angriffen wurden teilweise Nahkampfmittel eingesetzt. Am Abend verlief die HKL wieder wie vor Angriffsbeginn. Ein T-34 und weiteres Feindgerät konnten vernichtet werden. Gleich morgens früh dieses Tages konnten der ersten Batterie drei Geschütze vom Stab zugeführt werden. Noch am gleichen Nachmittag verlegte der Stab ca. 2 km zurück. Um 22 Uhr musste Leutnant Rexidius noch zum 1A der Division, bei Finsternis und Dreck, aber der Schwimmwagen ging überall durch und es gab auch diesmal kein Verfranzen. Um 23. Juli 1943 datiert das nachfolgende Anerkennungsschreiben des Divisionskommandeurs. Ich spreche der Abteilung meine Bewunderung und meinen großen Dank für ihre hervorragende und entscheidende Unterstützung der schwer ringenden Infanterie aus. Der gewaltige Erfolg der gestrigen Panzervernichtungsschlacht ist eine unerhörte Leistung der Sturmgeschütze. Die 16. Panzergrenadierdivision ist besonders stolz, eine so erfolgreiche Abteilung wie die Sturmgeschützabteilung 236 zu den ihrigen zu zählen. Gezeichnet Graf von Schwerin, Generalleutnant und Divisionskommandeur. Gleichzeitig wurden aufgrund der Erfolge die Chefs der 2. und 3. Batterie, Hauptmann Scherer und Oberleutnant Mohr, zur Verleihung des Ritterkreuzes zum Eisernen Kreuz vorgeschlagen. Die folgenden Tage blieben etwas ruhiger. Die Geschütze wurden zur Sicherung der HKL eingesetzt, wobei die restlichen 3 Geschütze der 2. Batterie, 3 befanden sich in der Werkstatt, der 1. Batterie unterstellt waren. Am Nachmittag des 27. Juli wurde um 14 Uhr angegriffen, wobei einige Feindgeschütze und MGs vernichtet werden konnten. Die Gefechtshandlungen dauerten bis 19 Uhr an. Danach zogen die Geschütze in einem Kussel-Geländestreifen rechts der Rollbahn unter. Bis zum 29. Juli verlief dann alles ruhig. Aber am 30. Juli begannen die Kampfhandlungen erneut. Hierzu wurde Oberleutnant Matai vom Stab des VO zum Grenadierregiment 156 abgestellt. Um 2.30 Uhr war Wecken und um 9.45 Uhr ging es in den Bereitstellungsraum. Angriffsbeginn 10.45 Uhr. Es galt die Höhe 196 bei Kalinovka zurückzugewinnen, wobei die 16. Panzergrenadierdivision und die 23. Panzerdivision von Westen nach Osten und das 2. SS-Panzerkorps mit den Divisionen das Reich und Totenkopf von Norden nach Süden vorstoßen sollten. Es ergab sich eine zügig ablaufende Unternehmung. Die Infanterie ging gut mit und nach kurzer Zeit war das Angriffsziel erreicht. Anschließend rollten die Geschütze an der Höhe 196 vorbei und sicherten nach Osten. Bei diesem Unternehmen wurden mehrere Pack vernichtet und weitere erbeutet, außerdem Panzerbüchsen und MG´s. Die dritte Batterie behielt fünf russische Gefangene als Hiwis zurück. Es handelte sich um Panzerspezialisten, Mechaniker und Autoschlosser. Am Abend war im ganzen Abschnitt die Lage wiederhergestellt. Bei der dritten Batterie ging der Angriff am nächsten Tage noch weiter. Kalinowka wurde genommen. Der Russe hatte nachts sämtliche abgeschossene Panzer abgeschleppt. Die Geschütze der ersten und zweiten Batterie erfüllten Sicherungsaufgaben. Am 1. August stieg wieder ein munterer Angriff der inzwischen wieder auf sechs Geschütze kompletierten zweiten Batterie und zusätzlich drei Geschütze der ersten Batterie. Zu unterstützen war das Grenadierregiment 156 während links davon das Grenadierregiment 156 2. Kompanie mit Panzerunterstützung vorging. Alles lief zügig vorwärts und die Infanterie wurde hier sehr gut unterstützt. Hinderlich wirkte sich allerdings aus, dass das linke Bataillon trotzdem zurückblieb. Die Panzer fuhren nur zögernd und vorsichtig vor. Schlussendlich aber wurde das Angriffsziel doch erreicht und die schweren Abwehrwaffen der Sowjets überrannt. Nachmittags sollte zusammen mit einer Kompanie Infanterie noch die Olchovtschik Schlucht durchgekämmt werden. Das Unternehmen sah harmlos aus, da sich beide flankierenden Hänge in deutscher Hand befanden. Feindwiderstand war so gut wie nicht mehr vorhanden. Dafür jedoch fuhren die Geschütze der zweiten Batterie von Hauptmann Scherer und Wachmeister Bruns und der dritten Batterie von Leutnant Schar auf russische Panzermienen. Laufwerksbeschädigungen waren die Folge. Leutnant Schar erlitt hierbei Verwundungen, unter anderem wurde das Trommelfell verletzt. Er war taub und kam ins Lazarett. Zur Abteilung kehrte er danach nicht mehr zurück. Für ihn übernahm Leutnant Rexilius den Zug. Als die dritte Batterie zum Aufmunitionieren zurückfuhr und auf Nachschub wartete, warf ein russisches Flugzeug, dessen Kommen niemand wahrgenommen hatte, massenhaft zwei Kilo Bomben ab. Es sah aus, als hätte man mit der Schaufel die Bomben hinausgeworfen. Ein Angehöriger der Batterie erlitt hierbei Verwundungen. Die ausgefallenen Geschütze wurden am Abend, nachdem die restlichen Minen geräumt waren, von den unbeschädigten Geschützen abgeschleppt und trafen gegen 1.30 Uhr auf dem Stützpunkt ein. Das am 22. Juli ausgebrannte Geschütz mit der Kennung 254 hatte Leutnant Kettl selbst von der Höhe 196 geborgen. Die alte HKL war wieder hergestellt. Der zweite und dritte achte waren Ruhetage. Zunächst wurde ein festgefahrener T-34, der am Turm sowie Kanone beschädigt war, geborgen. Zugehöriges Rohöl anderer Panzer entnommen und auf dem Stützpunkt russische Funkgeräte und Panzerbatterien ausgebaut. Am Nachmittag des zweiten Tages um 16 Uhr trat die ganze Abteilung im Viereck an. Der Kommandeur verlieh zahlreiche Auszeichnungen. PK-Berichter waren anwesend und filmten für die deutsche Wochenschau. Die sowjetische Luftwaffe zeigte rege Tätigkeit und es konnte nur von Glück gesprochen werden, dass der feierliche Akt nicht durch des Ivans Schlachtflieger gestört wurde. Der Russe war bis an den Mius zurückgedrängt, das heißt, die eigene HKL verlief am Vorderhang rechts des Mius. Heftiges Artilleriefeuer und Schlachtfliegerverbände der Sowjets machten sich am 4. August 1943 unangenehm bemerkbar, aber erreichten nicht viel. Wegen der Erkrankung von Hauptmann Scherer wurden drei Geschütze der zweiten Batterie am Ostufer Oberleunanmoor unterstellt. Er selbst befand sich mit jeweils einem Geschütz der zweiten und dritten Batterie, etwa 1,5 Kilometer südostwärts davon am Mius. Der Stützpunkt lag am Südwestende von Mainovka. Die Fahrt der Geschütze durch das faltenreiche Gelände der Olchowczyk-Schlucht erwies sich als sehr beschwerlich. Die Bremsen mussten sämtlich nachgestellt werden. Irgendwo an der HKL waren weit entfernt einige Feindpanzer beobachtet worden. Darum kurften die Sturmgeschütze die ganze Zeit in diesem schwierigen Gelände ohne jedoch zum Schuss zu kommen, denn die Anmarschwege zu den als Feuerstellung geeigneten Räumen lagen unter Artilleriefeuer, sobald sich ein Geschütz zeigte. Diese Art von Einsatz war unbefriedigend, wirkungslos und auch materialstrapazierend. Von gelegentlich feindlichen Artillerieüberfällen und Besuchen von Schlachtfliegern abgesehen, blieb es den ganzen Tag über ruhig. Ein weiterer Bericht von diesem Tage. In der Nacht vom 4. August war der Russe zunächst unbemerkt eingesickert, hat im Rücken der Granadiere und, als er keinen Widerstand bemerkte, versucht, sich erneut festzusetzen. Daraufhin erhielten die Grenadiere den Auftrag, die Lage mit einem Stoßtrupp zu bereinigen und zu sichern. Zur Verstärkung wurden vier Geschütze angefordert. Hauptmann Brede stellte zwei Geschütze der 2. Batterie unter Oberleutnant Dietrich und zwei Geschütze der 3. Batterie unter Leutnant Rexilius für den Einsatz ab. Das Kommando lag bei Oberleutnant Dietrich. Das Gelände zeigte sich leicht hügelig, mit vielen schier unendlich großen Obstplantagen durchzogen und im übrigen Weideland sowie mannshohe Kornfelder für den Einsatz von Panzern und Sturmgeschützen direkt ideal. Das Westufer des Mius stieg vom Fluss aus in einer Breite von ca. 500 bis 800 Meter gleichmäßig bis zu einer im Gelände deutlich markierten natürlichen Kammlinie an. Einige Busch- und Baumgruppen lockerten diesen Streifen auf und gaben gute Deckungsmöglichkeiten. Aber insgesamt war das westliche Miusufer doch vom Iwan her, d.h. vom Ostufer gut einzusehen. Gegen 6 Uhr früh fand die Lagebesprechung statt und für 8 Uhr wurde der Angriff angesetzt. Bis dahin mussten die Grenadiere ihre Ausgangspositionen eingenommen haben und die vier Geschütze aus der Bereitstellung bis etwa zur Kammlinie des Westufers vorgerückt seien. Auf diesem kurzen Stück von ca. 2 km passierte bei einem Lenkmanöver ausgerechnet dem Geschütz von Oberleutnant Dietrich ein Missgeschick, das es bewegungsunfähig machte. Glücklicherweise konnte diese Stelle vom Russen noch nicht eingesehen werden. Was nun? Würde Oberleutnant Dietrich in ein anderes Geschütz umsteigen? Er entschied sich anders und übertrug die Führung des Einsatzes an Leutnant Rexilius. Er selbst blieb bei seinem Geschütz und veranlasste bei der I-Staffel das Abschleppen zur Reparatur. Die drei verbliebenen Geschütze erreichten pünktlich die vorgeschriebene Linie. Die Russen waren von dem so frühzeitigen Gegenstoß offenbar überrascht und die Grenadiere fanden anfangs keinen Widerstand und machten einige Gefangene. Aber dann erfolgte heftige Gegenwehr mit Infanteriewaffen, später auch mit Granatwerfern und Artillerie. Die Geschütze unterstützten die Grenadiere durch gezieltes Feuer auf Infanterienester in den Buschgruppen und im weiteren Verlauf durch Niederhaltung der Granatwerferstellung und schließlich durch Störung des Fahrzeugverkehrs auf der Ostseite des MIUS in einer Entfernung von ca. 1,5 bis 2 km. Die Grenadiere erwiesen sich als erfahrene Soldaten und kannten sich mit solchen Strohstruppunternehmungen gut aus. Der Anfangserfolg war jedenfalls kein Strohfeuer. Zielstrebig durchcampen sie den verunsicherten Abschnitt bis hinunter zum Fluss. Gegen 12 Uhr war das umkämpfte Gelände wieder fest in eigener Hand. Das Feuer flaut ab und die Geschütze die während des Kampfes etwa 400 Meter vorgezogen hatten konnten sich gegen 14 Uhr wieder hinter die Kammlinie Deckung zurückziehen. Damit schien der Einsatz erfolgreich beendet und es kam auch bald der Befehl zur Rückfahrt in die Bereitstellung. Verluste an Mensch und Material waren nicht zu beklagen. Gut.